Die Bewegung im Leichtgewicht, Limit 60 Kilogramm bestreiten. In der roten Ecke, Jörg Kästner, Bundesrepublik Deutschland. In der blauen Ecke, Andreas Zylow, Deutsche Demokratische Republik. Ring frei zur ersten Runde. Halt! Das war's für heute. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Kestner kommt vom BSK Ahlen. Er ist 22 Jahre alt, bestritt bislang 138 Kämpfe, gewann davon 107 Begegnungen, 1986 Vizemeister und in diesem Jahr Meister der Bundesrepublik Deutschland. Ring frei zur zweiten Runde. Das ist ein Runde. Vielen Dank. 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 Das Urteil.